Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Daniel Gregor Schmidt, ich bin Psychologe, Musiker und Mentaltrainer und heute geht es um die 5 plus 1 Phasen, die du durchmachst, wenn du mit dem Rauchen aufhören möchtest. Und ich muss gleich zu Anfang sagen, ich liebe dieses Thema, denn Rauchen aufhören ist so ein gutes Beispiel dafür, lästige Gewohnheiten abzulegen, Neues anzufangen und das Leben wieder in die eigenen Hände zu nehmen. Dieses Video ist also nicht nur für dich, wenn du mit dem Gedanken spielst, das Rauchen aufzuhören, sondern es kann gut sein, dass du hier etwas für dich mitnimmst, wenn du deine Ernährung umstellst, wenn du mehr Sport machen möchtest oder, oder, oder. Wir alle wollten schon einmal eine alte Gewohnheit loswerden oder eine neue, gute Gewohnheit anfangen. Wir wollten abnehmen, mehr Sport machen, besser mit Geld umgehen, etwas Neues lernen oder eben das Rauchen aufhören. Und nach kurzer Zeit haben wir festgestellt, wir haben uns zu sehr auf unsere Willenskraft und unsere anfängliche Motivation verlassen. Wir sind längst zurück in den alten Fahrwassern, die Sportschuhe sind eingestaubt, das Konto ist überzogen, das Gemüse ungegessen im Kühlschrank verschimmelt und eine Kippe im Maul hast du auch gerade. So. Oder wir haben gesagt, na, ich habe die Willenskraft nicht und wir haben gar nicht erst angefangen und wir sind einfach von vornherein im gleichen Fahrwasser geblieben. Um erfolgreich zu sein, finde ich es sehr wichtig, zuerst einmal eine Orientierung darüber zu haben, in welcher Phase der Veränderung befinde ich mich denn gerade. Denn alles, was ich unternehme, muss Teil eines größeren Plans sein, sonst sind meine Bemühungen ein reines Strohfeuer. Grundlage für dieses Video ist das sogenannte transtheoretische Modell von Prochaska und Kollegen, falls sich das interessiert, aber das soll kein wissenschaftlicher Vortrag werden, deswegen starten wir jetzt auch direkt rein. Wenn du vielleicht darüber nachdenkst, womöglich irgendwann etwas zu ändern, dann bist du in der Phase der Absichtslosigkeit. Du hast also noch gar nicht richtig vor, etwas zu tun. Das kann verschiedene Hintergründe haben. Entweder hast du dich noch zu wenig damit auseinandergesetzt, wie viel Geld du als Nichtraucher sparen kannst oder was du da deinem Körper alles Schädliches antust, oder du hast vielleicht schon ein paar Mal erfolglos versucht aufzuhören und bist so frustriert, dass du dir nicht einmal mehr vornimmst, aufzuhören. So oder so möchtest du wahrscheinlich gar nicht so viel über dein unschönes Verhalten nachdenken, im Sinne von Mein Tipp für diese Phase lautet, schau nicht weg. Du hast dir jetzt lange genug eingeredet, dass das schon in Ordnung ist, was du da machst, obwohl du ganz tief in dir drin eigentlich genau weißt, dass es besser gehen könnte und sollte. Informiere dich ganz gezielt zu den Nachteilen deiner schlechten Gewohnheit beziehungsweise zu den Vorteilen deiner neuen Gewohnheit, die du dir vorgenommen hast. Du brauchst gute Argumente, um dich selbst zu überzeugen. Die zweite Phase ist die Absichtsbildung, wo du gedanklich oft zwischen den Vor- und Nachteilen hin und her springst. Soll ich aufhören oder nicht? Gut wäre es schon, blöd ist es aber auch irgendwie. Wahrscheinlich überwiegend für dich noch die Nachteile. Du denkst viel darüber nach, wie unangenehm dieser Entzug wird, was du mit deiner liebgewonnenen Raucherpause machst und dass du die Zigarette danach vielleicht doch nicht gegen etwas anderes eintauschen möchtest. Karotte Mein Tipp für diese Phase. Mach dir bewusst, dass man hier hängen bleiben kann, dass man endlos zwischen den Vor- und Nachteilen hin und her wandert und so unfreiwillig in der Gewohnheit drinnen bleibt. Es ist Zeit, einen Entschluss zu fassen. Setze dir selbst eine Deadline, einen Termin, wann du aufhörst, vielleicht einen Geburtstag, der 1. Januar oder was auch immer und erzähle so vielen Menschen wie möglich davon, dass du aufhörst. Die Vorbereitung ist die dritte Phase auf dem Weg zur Veränderung. Irgendwann ist der Moment da, wo du in den Spiegel schaust und dir eingestehst, ich muss da was machen. Das ist die Phase, wo du dir überlegst, ob du es alleine hinkriegst, wo du dir Tipps und Tricks zusammenstellst, wo du dir vielleicht ein schlaues Buch kaufst oder dir zum Beispiel einen Online-Kurs anschaust. Und wer hätte gedacht, dass ich zufälligerweise einen kompletten Online-Kurs Nichtraucher ohne Willenskraft mit Hypnose für dich in petto habe. Wenn du also ein komplettes System haben willst, wie du erfolgreich mit dem Rauchen aufhörst, dann schau dir meinen Kurs an. Den Link dazu findest du unterhalb dieses Videos. Die Plattform Udemy, auf der das Ganze läuft, gibt dir 30 Tage Geld-Zurück-Garantie. Das heißt, du gehst da überhaupt kein Risiko ein. Weiter geht's. Nun kommst du in die Handlungsphase. In der Handlungsphase bist du, wenn du tatsächlich neuerdings etwas umgestellt hast. Wenn du also die schlauen Tipps und Tricks umsetzt. Wenn du das machst, was ich dir in meinem Online-Kurs erzähle und so weiter. Wobei hier, und das möchte ich betonen, genau definiert sein muss, wann du im grünen Bereich bist mit deinem neuen Verhalten. Gemäß diesem transtheoretischen Modell zählt als Handlungsphase bei der Raucherentönung tatsächlich nur die totale Abstinenz. Zero, Zigaretten, null, nada, gar nichts. Wer sagt, ich rauche gerade ein bisschen weniger und als Ziel hat, mit dem Rauchen ganz aufzuhören, der ist nach dieser Definition nicht in der Handlungsphase, sondern noch in der Vorbereitung. Ein anderes Beispiel aus der Ernährung würde so lauten, wenn du abnimmst und Kalorien zählst, muss genau definiert sein, wie viel Kilokalorien du jeden Tag zu dir nehmen willst und ob du da tatsächlich auch drunter bist, ob du im grünen Bereich bist, ob du im Soll bist. Erst dann bist du dann nur in der Handlungsphase. Irgendwann ist das neue Verhalten das normale Verhalten. Das ist ja das, wo man in der Regel hin will. Also je nachdem, was du dir vorgenommen hast, dass du ganz selbstverständlich Nichtraucher bist, dass du eine Ernährung hast, mit der du ohne Probleme dein Gewicht halten kannst oder dass du regelmäßig den Weg ins Fitnessstudio findest und dass das etwas ganz Selbstverständliches und Normales ist. Zumindest hätte man das gerne. Wir befinden uns aktuell in der Phase der Aufrechterhaltung. Hier machst du all das, was du dir vorgenommen hast, mehr oder weniger selbstverständlich. Du spürst aber immer noch, wie es dich ab und zu zwickt, wie du dann doch an dich halten musst, wenn andere Leute in deiner Nähe rauchen, wie du eigentlich schon Bock hättest mitzurauchen, wie du den Pommes, den Chips und den Süßigkeiten hinterher trauerst oder zum Beispiel zum Sport gehst, obwohl du eigentlich gar keinen Bock drauf hast. Das Wort der Stunde lautet in dieser Phase Rückfallprophylaxe. Prophylaxe kennen wir sonst vom Zahnarzt. Das sind die Maßnahmen, die wir unternehmen, um gesund zu bleiben, also bevor das Kind in den Brunnen fällt. Beim Thema Nichtraucher müssen wir uns die gefährlichen Momente anschauen. Dafür brauchen wir einen Schlachtplan, damit wir nicht rückfällig werden. Viele Menschen machen den Fehler, dass sie gar nicht so richtig darüber nachdenken möchten, wer oder was sie in Versuchung führen könnte. Das heißt, die Frage, auf die du meiner Meinung nach eine gute Antwort brauchst, lautet, was müsste passieren, dass du wieder in dein altes Verhalten zurückfällst? Je nachdem, um welches Verhalten es geht, dauert die Aufrechterhaltung länger oder kürzer, abhängig davon, wie hartnäckig die alte Gewohnheit ist oder war. Man kann aber guten Gewissens mehrere Monate veranschlagen, bis ein neues Verhalten wirklich so sattelfest ist, dass es ganz selbstverständlich Teil deiner eigenen Identität geworden ist. Ich weiß, in unserer schnelllebigen Zeit schmeckt das den wenigsten Leuten und man möchte immer sagen, ja, nach zwei Wochen ist das alles durch. Aber, dass es wirklich eine Normalität bekommen hat, das dauert einfach Monate. Veränderung braucht Zeit und man muss die Wege, die neuen Wege, die man geht, einfach auch gebührend festtreten, bis sie wirklich gut verankert sind. Man könnte denken, dass man mit der Aufrechterhaltung schon am Ende der Fahnenstange angekommen ist. Aber es gibt noch eine sechste und letzte Phase. Die war in diesem ursprünglichen Modell, als man es beforscht hat, noch gar nicht drin, weil diese sechste Phase nur in bestimmten Zusammenhängen tatsächlich auch sinnvoll ist. Das ist die sogenannte Abschlussphase. Die Abschlussphase ist dann erreicht, wenn man wirklich bei 0% Versuchung angekommen ist. So, als hättest du diese schlechte Angewohnheiten nie gehabt. Übertrieben gesprochen, auch wenn du depressiv, ängstlich, gestresst, einsam, wütend bist und das WLAN ausgefallen ist, hast du 0% Verlangen nach einer Zigarette, einem Bier oder der Tafel Schokolade. Studien haben gezeigt, dass etwa nur ein Fünftel der Leute, die ganz erfolgreich mit Rauchen oder Alkohol aufgehört haben, nach dieser strengen Auslegung in dieser sechsten Phase angekommen sind. Wir können also glücklich und zufrieden sein, wenn wir in der Aufrechterhaltung gelandet sind. So, das sind kurz und knapp die 5 plus 1 Phasen der Veränderungen, die du durchmachst, wenn du mit dem Rauchen aufhörst. In welcher Phase befindest du dich denn gerade? Was ist für dich die härteste, die schwierigste oder vielleicht auch die einfachste? Ich freue mich immer über Fragen, Kommentare und Anregungen. Wenn dir das Video gefallen hat, dann lass einen Like da, abonniere den Kanal und lass mich in den Kommentaren gerne wissen, welche Themen dich noch interessieren. Der Link zu meinem Online-Kurs Nichtraucher ohne Willenskraft ist unter diesem Video. Schau mal rein, wie gesagt, 30 Tage Geld zurück Garantie, kein Risiko, freu dich drauf. Das war's von mir, tschüss und bis zum nächsten Video. Bis zum nächsten Mal.